Du hattest recht. Augenblicke wie diese sollten ewig dauern. Maja, hast du die Königin gesehen? Psst, sei leise, Willi. Die Königin ist hier, sie schläft gerade. Frau Kassandra hat mich geschickt. Die Königin muss sofort zurückkommen. Da ist ein Riesendurcheinander im Bienenstock. Oje, können die nicht mal fünf Minuten ohne Königin auskommen? Ach, sie sind doch alt genug. Keine Ahnung, ich hab geschlafen. Los, komm. Sehen wir mal, ob wir das nicht selber hinbekommen. Wartet, wartet. Niemand muss den Bienenstock verlassen. So wartet doch. Bitte beruhigt euch wieder. Bitte. Die Königin ist gleich wieder zurück. Hey, du. Und du. Maja und Willi. Ist die Königin nicht bei euch? Na ja, also, äh, nein. Sie ruht sich auf der Wiese auf. Auf der Wiese? Aber sie muss auf der Stelle zurückkommen. Die Bienen stehen kurz davor, den Bienenstock zu verlassen. Oh nein. Bitte. Beruhigt euch. Hallo, Frau Königin. Willi. Die Königin ist nicht mehr hier. Ich bin hier. Hilfe. Hilfe. Oh, hat sich die Königin verfangen. Ist was schiefgegangen. Äh, keine Angst. Wir holen sie da wieder raus. Nja, beeil dich. Kekla kommt bestimmt gleich zurück. Nja, da kommt sie auch schon. Nicht bewegen, sonst wird es immer schlimmer. Sieht aus, als wäre mir da jemand Schübsches ins Netz gegangen. Schnell, Maja, bitte. Oh nein. Ach, du lieber Blumenstängel. Oh, mein Rücken geht nicht weg. Naja, der Stängel. Willi, der Stängel. Oh nein. Und jetzt schnell zum Bienenstock. Oh, das ist gemein. Das nächste Mal entwischt ihr mir nicht. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was ist hier los? Wozu die Aufregung? Hä? Die Königin. Die Königin. Und jetzt, meine Lieben, räumt alles wieder auf und geht zurück an eure Arbeit. In Ruhe.